So, und Damen und Herren, willkommen wieder, also, nach dem Cut. Wow, Alter, warum spawnen wir eigentlich immer zusammen? Parties, wo bin ich in der Mitte? Und du le-e-e-echst. Dann willst du zusammen reingehen vielleicht? Wir einigen uns auf Nikizunovan, du nimmst die rechte, Exo nimmst die linke, ich nehm... Ich nehm die in der Mitte. Oh, bei mir ist keiner, das kann ich ausnutzen. Okay, ich nehm die rechte. Ich hab Stuff bekommen zum Abhängen. Oh, hier ist Lavasee, hier ist Lavasee, das ist doch scheiße. Megaleck, geil. Wer macht denn sowas? Ach je, ich hab wieder Stuff gefunden, frag nicht nach Sunshine. Sunshine? Wo ist Sunshine? Einen geizten Fall, ich dachte immer, das Bogen-Battle jetzt, gerade eben. Ankommst kaum. Ey, hier ist Pete Smith, 007. Oh, der echte. Ja, der echte Pete Smith, 007. Der echte. Ja. Vor allen Dingen, weil Pete Smith sowas je spielen würde. Da müsste man ja Skill für haben. Genell für sowas. Was? Nova, 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 Nova. Gut, warte, ich will die Kühe töten, ich brauch erst. Ja, okay, dann geh ich da hin. Kannst du bitte dabei, du bist voll gegen die Wand, die Kühe. Aber ich bin letztlich zu nem Baum gekommen, das war mein Ziel. Kuh ist voll dort drin, ey. So. Alter, wie ich am Zittern bin, ne? Ich bin so nervös. Chill mal. Ja, das war eben voll der emotionale Kampf, ja? Alter, ich bin... Da ist ein Team. Alter, das geht gar nicht. Ja, schwert. Kastor, du... Ich komm mit der Adrenalin nicht klar. Du, 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 links. Was los? Kastor, weißt du das? Ja. Do it for the wine. Ah, cool, cool. Ah ja, kill du die mal. Du kannst hier ja gratis abstauen. Ja, ich auch. Ähm... Bin im Wallen. Achtung, drüben Slava, oder? Äh, ja, könnte man eventuell hingehen. Lol. No, ma. Like always. Na. Achtung, Achtung, schlag dich gleich. Da ist ein Spieler, ich versuch den hier zu kill, ne? Da, da, hinter dir, hinter dir erst mal. Hinter dir, wer ist ein Gehirn? Da ist einer, der läuft im Kreis. Okay, ich hab ihn gekillt. Ey, der hätte mich so leicht killen können, ne? Oh, da ist ein Enchantment Table, den hol ich mir. Denk ich jetzt auch. Du baust er ab, ne? Ja. Goldapfel. Auch hilfreich. Ja. Ich brauch irgendwie der Ender-Jazz mit dir aus. Da ist ein... Ähm... Hier, hier, hier. Alter. Das ist... Brennt eigentlich... Da ist ein... Du bist ein Kampf, Alter, scheiße. Ernsthaft? Ich hab grad fast mein Eisen ausgelöst. Oh, das war jetzt aber... Uh, Stuff. Okay. Ah. Du weißt nie, was war jetzt in der Ender-Jazz drin? Was hast du verpasst? Oh! Leon! Ich hab Leinen gekillt! Ja! Take your revenge! Die erschwert nämlich gerne an mich. Ähm, das kann weg, das, das... Heilige Scheiße! Ja! Gut, wurde getauscht. Mit wem? Gut. Was hört der sich jetzt mit dem Typen? Okay, ich wurde getauscht. Ich bin ein Spieler! Alter, hab ich mich erschrocken. Fuck this game. Fuck this gate. I'm out. I'm out. Burn! Da hört man hier Autos. Lol, der brennt echt sogar. Lol. Bei dem Lava-Seen. Bei dem Lava-Seen. Den Namen. Hallo, Junkie Fox. Oh nein! Ich brauch Pfeile. Pfeile, 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 Pfeile. Okay, Pfeile hab ich jetzt. Na super. Super. Ich hol mir einen Wolf. Ich bin tot. Oh, Nova. Ja. Ich hab mich sehr gewehrt. Hust. Doch, noch weg, noch. So, Carsten Speck-Täten. Ne, erstmal Maffen, das ist entspannender. Nein, bei mir ist grad ein Kampf. Mach's mir egal. Oh, Exxon. Ja. Ich hab deinen Namen grad noch so gelesen. Hast du irgendwas für mich? Ähm, Diamant-Schwert. Da ist ein, ich hab ein Diamant-Schwert. Äh, Enchantment-Table hast du? Hä, ich bin genau unter was? Ich wurde gewechselt. Alter, Carsten. Ja, ja, das hab ich auch. Ja. Ja, das hat mich selbst angezündet. Ja, sieht man. Ja, ich glaub, wenn das... Ich werd von Pizmeet gekillt. Nein! Pizmeet hat nicht so viel Skill. Lüge, Lüge. Alter, Carsten, du konntest mir schon vorher sagen, dass du getauscht wurdest. Ich drehe mich um, auf einmal greift mich nicht mehr an. Ich schlafe einfach. Alter, Alter, mach ich nicht auf dich aufmerksam. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich will ihn ja nicht anschießen. Ähm, so. Direkt hieltet ihr übrigens die Ende. Ich weiß, ich weiß. Das Ende. Ende. Geben noch drei Leute außer dir. Ende, gegen's. Ja, ich brauch Lava oder sonst irgendwas. Ich hab nix. Ist ja Lava, Lava. Ja, ich muss... Ist hier grad nix in der Nähe. Ich muss regenerieren. Vor allen Dingen regenerieren muss ich mich. Okay. Ja, der hat... Dings... Oh, Entchantment Devil. Oh, Spieler. Pizmeet. Er hat mehr Rüstung als du. Wie dumm einfach. Ich wollt' mich grade löschen. Ich hätt's auch geschafft, hätte er nicht geschossen. Hätte er nicht geschossen, hätt ich's so geschafft, ey. Ja, aber wie intelligent kann man sein, um anzünden, wenn man eh selbst rein will. Ja, das ist dieses scheiß Gras. Das Girl is on fire. Also, ich würd' sagen, ähm, Abonn... Noch ne Runde. Okay, da sind wir wieder. Okay, Nova, 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 Nova. Nova, 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 Hi. Hi. Nova schreibt's on day. Weil alle irgendwie... Only one for me. Abgesehen von dir natürlich. Ja, 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 ja. Ja! Ich hab' die zwei Diamanten. Nichts! Ich hab' alles. Nova, haben wir nicht in die gleiche Kiste geguckt, irgendwie? Nee. Nee. Du bist direkt neben mir übrigens. Ich schlag' grad den Baum ab. Wer, ich? Nee, ich. Wer? Wer? Du. Wer, er? Es. So. Ich hab' nichts, nichts und noch mehr nichts. So. Richtig gut. Ich versteck' mich jetzt hier hinten. Bau' mich im Holz ein. Lol. So, ich mach' mir jetzt erst mal mein Diamantschwert. Dann mach' ich mir mein... Diamant... Äh, Diamanthelm vor allen Dingen. Eisenhelm. Ja, und ich mach' mir nur Workbench. Ja. Do it for the wine. Weil mehr kann ich gar nicht. So, jetzt hab' ich erst mal ein bisschen Fleisch. Und... Dann gehen wir nämlich jetzt ein bisschen in da drinnen. Oh, sie ist weg. Aber da oben... Ah, da oben ist ein Spieler, den schnapp' ich mir. Und mir ist schon einer mit dir... Warte mal, das bist du bestimmt. Mal ranzoomen. Das bestimmt, du. Weil du grad' gesagt hast, dass du hochgehst. Ich glaub', der versucht grad' von mir wegzulaufen. Aber es wird ihm nicht gelingen. Pintod. Beste Runde. 9 out of 10. Wird never play again. Oh. Das war's echt, das, vor mir. Und jetzt direkt noch einer. Nein, ich wollte grad' das Stuff nehmen. Jetzt hat der's. Kennst du das von GLP? Ja. Ja, leg dich mit einem an, der mein Schwert hat. Genau. Gute Idee. Was hatte der so tolles? Nichts. Deiner Nähe ist auf jeden Fall niemand. Na? Rechts. Rechts? Ich meinte links. Naja, Frauen und nicht. Rechts-Links-Schwäche. Schw вопросы. Intro. Intro. Ich habe krass gehört. Direkt geradeaus. Direkt rechts. Direkt, ja doch rechts. Ja super. Kannst du nicht mal einscheinen? Bis dahin werde ich auch garantiert kommen. Oh warte, das könnte funktionieren. hallo ende der welt er denkt sich jetzt auch du weißt dass ich gewechselt worden bin da ist er bringen wir ne blumen mit wo er will ich nicht töten nein er zieht nur mit dem bogen auf mich ja ich bin direkt wo ich mag jetzt hat er einfaches spiel wenn er weiter schießt dort hinten ist noch einer ach noch ein treffer nein nein alter weil der typ wird gleich gekühlt das würde ich noch sehen was war das denn hast du es gesehen so und mit dem kill von bakaru wird die aufnahme jetzt beendet ich hoffe es hat euch gefallen und ja wir sehen uns in der nächsten folge von endergames bis dann tschüss du kannst auch tschüss sagen ja und danke ja ich freu dir ins wort vielen Dank